Hallo, kleine Schublade. Könnten wir bitte unser Notizbuch haben? Aber klar doch. Danke, kleine Schublade. Gern geschehen. Wisst ihr, heute brauche ich echt eure Hilfe, um rauszufinden, warum Blue so traurig ist. Ich mag es nicht, wenn Blue traurig ist. Ihr helft mir, richtig? Würdet ihr? Oh, großartig. Danke. Um Blue's Clues zu spielen, finden wir eine... Eine Pfotenspur. Richtig, eine Pfotenspur. Und das ist dann unser erster... Clou. Ja, ein Clou. Und der kommt dann in unser... Notizbuch. Ab ins Notizbuch, denn das sind dessen Clues. Blue's Clues. Wir suchen noch eine Pfotenspur. Das ist der zweite Clou. Ab ins Notizbuch, denn das sind dessen Clues. Blue's Clues. Wir suchen die letzte Pfotenspur. Das ist der dritte Clou. Ab ins Notizbuch, denn das sind besten Clues. Clues Clues. Clues Clues. Ihr wisst, wie es geht. Setzt uns in den Nachdenksessel und denken, denken, denken. Denn wenn ihr viel nachdenkt und euch Vertrauen schenkt, dann könnt ihr alles tun. Was ihr tun wollt. Okay, also wir wollen jetzt rausfinden, wieso Blue so traurig ist. Habt ihr Blue gesehen? Ja. Oh. Wo ist sie denn hin? Da lang. Da lang? Klasse. Danke. Echt, arme Blue. Es ist wirklich schrecklich, traurig zu sein. Ein Clou. Ihr wollt, dass ich was tue? Ein Clou. Oh, ihr seht einen Clou. Was? Ihr seht einen Clou? Wo? Gleich da, hinter dir. Da ist er. Auf dem Turm aus Bauklötzen. Wow. Hey. Wisst ihr, was wir jetzt brauchen? Unser Handy-Dandy-Notizbuch. Notizbuch. Richtig. Okay. Also, ein Turm aus Bauklötzen. Zuerst vier kleine Quadrate. Ganz unten. Dann drei Quadrate genau darüber. Und darauf zwei Quadrate. Und ein Quadrat als oberstes. Fertig. Ein Turm aus Bauklötzen. Hm. Was macht Blue traurig an diesem Turm aus Bauklötzen? Hm. Also, ich denke, wir brauchen noch mehr Clous, um es herauszufinden. Ah. Habt ihr das gehört? Oh Mann. Also, was? Hey. Was ist denn passiert, Fred Fils Freund? Ich fühle mich. Wartet. Wie fühlt sich Fred? Blip. 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 Er hat Angst. Er hat Angst. Woher wisst ihr das? Oh, richtig. Weil er seine Augen aufgerissen hat. Und aus seinem Mund kommt etwas wie, ähm... Iiii. Waaah. Guck, guck. Seht ihr? Er hat Angst, weil ihn seine Schwester erschreckt. Und zwar mit dieser Maske. Und mit diesen merkwürdigen Geräuschen. Waaah. Ah, hör auf, mir Angst zu machen, Felicia. Oh, tut mir leid, Fred. Oh, Fred wird geknuddelt. Was glaubt ihr, wie er sich jetzt fühlt? Hahaha. Hihihi. 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 Hihihi.